Einen wunderschönen guten Abend aus Mammutla heute wieder. Ich hoffe, euch geht es allen sehr gut und vielen Dank für die ganze Aktivität. Und wenn du Mehrwert von diesem Kanal bislang gehabt hast, dann darfst du gerne natürlich dem Kanal ein Abo dalassen, einen Daumen nach oben und natürlich am Ende des Videos auch einen Kommentar. Denn dieses Thema ist natürlich wieder mal sehr kritisch, aber ich denke sehr, sehr wichtig. Und dementsprechend freue ich mich natürlich, wenn auch dieses Video weiter geteilt wird. Es geht nämlich um dich. Es geht allgemein um die Menschheit. Meiner Meinung nach ganz krass. Aber warte, bevor wir richtig reinsteigen, schaut euch erstmal diese Aussicht an. Richtig interessant. Im Hintergrund Mammutla, die Burg. Vorne sieht man Alanya. Also es ist wirklich ganz interessant. Aber auch hier der Himmel wieder heute relativ viel verschmiert. Sieht man jetzt im Herbst und im Winter vermehrt. Leider sehr, sehr schade. Aber auch hier Neverending Baustory. Also es wird gebaut am reißenden Band. Also es ist wirklich ganz, ganz krass. An Orten, wo man denkt, es passiert eigentlich nichts mehr. Wirklich heftig. Teilweise noch sehr altmodisch leben die Menschen hier wie vor 50 Jahren, aber auch mittlerweile schon sehr modern an gewissen Orten hier in Mammutla. Ja, meine Freunde, ich möchte auf ein Thema eingehen, was jeden von uns betrifft. Und zwar geht es um, wie die Menschen miteinander auch umgehen. Und ich finde es absolut katastrophal, was zurzeit einfach abgeht. Was auf diesem Planeten los ist. Und nein, natürlich, klar, Kriege, seitdem es die Menschheit gibt, und anscheinend gibt es immer wieder Meinungsverschiedenheiten bzw. auch Auseinandersetzungen und mittlerweile extrem krasse Kriege. Vor 100 Jahren mit Atomschlägen, mit Raketen, Interkontinentalraketen und vieles mehr. Und heutzutage ist es nicht anders. Heutzutage gibt es Kamikaze-Drohnen und was weiß ich nicht alles, Tarnkappentechnik und mehr. Also es ist wirklich ganz, ganz erschreckend, was Menschen Menschen antun können. Erschreckend natürlich auch Kindern. Also es ist wirklich ganz, ganz krass, was weltweit aktuell abgeht. Und vor allen Dingen natürlich in Bezug auf Ukraine, aber jetzt auch ganz aktuell natürlich der Nahostkonflikt, der aber seit Jahrzehnten herrscht und tobt und jetzt mittlerweile mehr und mehr in den Fokus der Medien gerückt wird. Und es ist absolut schockierend, meiner Meinung nach, was abgeht. Es ist keine Rechtsgrundlage, meiner Meinung nach, da, dass in dem Fall Israel den Gazastreifen Palästinenser zerbombt, Häuser in die Luft jagt, Krankenhäuser in die Luft jagt und Dutzende, Hunderte, Tausende Menschen einfach umbringt. Mordanschläge sozusagen verübt, meiner Meinung nach. Nur, klar, auch die anderen, wenn sie das gemacht haben, absolut Kacke, man tötet einfach keine Menschen. Aber wie lange, bitteschön, soll dieser Scheiß auf gut Deutsch weitergehen? Wie lange sollen Menschen sich töten? Wie lange sollen Menschen Menschen töten? Das ist eine absolute Katastrophe. Und wenn wir schon bei Menschen sind, auch die Tiere. Solange Menschen keinen Respekt haben vor der Natur, werden sie auch, also sprich auch vor Tieren, werden sie auch keinen Halt machen vor Menschen. Denn Menschen sind auch ein Teil der Natur. Und wir müssen einfach mal wieder erkennen, dass jeder Einzelne was dazu beitragen kann. Auch wenn du denkst, du kannst nichts bewirken in deinem Umfeld, doch, du kannst was bewirken. Sei herzlich, sei liebevoll und trag deine Liebe nach außen. Denn nur wenn du Liebe in dir hast, kannst du sie nach außen tragen und dementsprechend auch Menschen erreichen, die eventuell dann auch mehr in sich hineingehen und mehr Liebe dann haben und mehr geben können. Aber dieser gesamte Hass, der auf der Menschheit und vor allen Dingen in diesem Nahen Osten herrscht, seit Jahrzehnten indoktriniert, traumatisiert, in die Köpfe der Menschheit reingeprügelt, ist es absolut verständlich, dass die andere Seite, Palästinenser, Hamas oder wie du sie alle nennen möchtest, auf gut Deutsch, Wut entbrannt. Natürlich auch Racheanschläge oder sonstiges natürlich versucht zu machen. Denn es ist natürlich immer ein, wie beim Tennis, ein Hin- und Hergeschosse. Wenn die einen was machen, dann werden die anderen auch wieder darauf reagieren, weil sie werden sich das einfach nicht gefallen lassen. Leider. So sind die Menschen, so sind sie gepolt. Und die einzige Möglichkeit wäre, wenn wirklich eine höhere Kraft, das wäre in dem Fall der Westen, könnte man sagen, nicht noch hineinstechelt, nicht noch Gas ins Feuer oder Benzin ins Feuer gießt, sondern wirklich klare Fronten macht und sagt, ey, es reicht, es müssen, es muss jetzt Frieden herrschen. Ganz einfach, klipp und klar. Und selbst wenn das dann passiert ist, Leute, wird es Generationen dauern, bis bei diesem Moment und in dieser Region Frieden einherrscht. Weil jeder, der dort unten lebt, kann ich, behaupte ich jetzt mal, wird jemanden kennen, der auf gut Deutsch bei irgendeinem Anschlag umgebracht worden ist. Auf der israelischen Seite und auf der Palästinenser Seite. Und dementsprechend wird dieser Wut in dem Körper, in dem Menschen drinnen sein, verankert sein eventuell in den Genen sogar und dann erst bei der nächsten Generation und in der übernächsten Generation so langsam das ganze Trauma ausgeschlichen sein. Und erst dann, wenn über die Jahrzehnte Frieden herrscht, erst dann kann ich mir vorstellen, dass es in dieser Region überhaupt Frieden geben wird. Und die Frage ist ja, was zur Hölle macht der Westen da? Was machen die Medien? Warum wird sowas gepusht? Warum wird noch mehr Waffenlieferung? Und vor allen Dingen, warum ist der gesamte Westen plötzlich für Israel? In Deutschland darfst du überhaupt nicht sagen, was Anti-Israel ist. Ey, es ist meiner Meinung nach echt eine absolute Katastrophe, was abgeht. Leute, ich bin wirklich sprachlos. Es ist eine absolute Frechheit und mir fehlen so langsam dann auch die Worte. Und dementsprechend freue ich mich auch, wenn du da was reinschreibst in deine Kommentare, in diese Liste. Und vielleicht hast du ja noch Ideen, was man alles noch machen kann. Ich kann nur eins sagen, mit Hass kommt man im Leben einfach nicht weiter. Und diese ganze Geschichte mit Moslems, mit Judentum, mit Christentum und Sonstiges, dass Leute, jeder soll sein und darf sein Glauben haben und sollte den auch ausleben. Und man sollte das auch respektieren, wenn man einen anderen Glauben hat oder eine andere Religion hat und liebt. Aber diese Kriege zwischen den Religionen, zwischen den Menschen, Leute, das ist doch, ey, wir sind im Jahr 2023. Wir sollten doch so langsam mal zivilisiert sein. Wir sollten doch so langsam mal in unserem Schädel mehr Vernunft haben. Ja, wir sind ja angeblich so eine weise und so intelligente Rasse. Ganz ehrlich, die Menschen, das ist das dümmste und das beschissenste, was der Welt überhaupt passiert ist und passieren konnte. Wer weiß, was sich Gott, Allah oder Buddha oder sonst wer gedacht hat dabei. Ganz sicherlich hat er nicht das gedacht, dass Menschen Menschen töten, Menschen Tiere töten aus Spaß. Ich gehe mal angeln und töte dann Fische und schmeiße sie wieder zurück ins Meer. Wo zum Teufel leben wir denn? Ist das ein Irrenhaus oder was geht ab? Das kotzt mich richtig an. Und ey, also es ist wirklich krass. Und deswegen ist es so wichtig, Leute, dass du mit gutem Beispiel, du, ja genau du, mit gutem Beispiel vorangehst und keiner, auch ich, kann die Welt nicht verändern. Muss du oder muss ich auch nicht. Aber wenn du bei dir anfängst, wenn du dich veränderst, wenn du ein Mindset hast, der voll mit Liebe ist und voller Respekt gegenüber der Tierwelt, gegenüber der Pflanzenwelt oder den Menschen gegenüber natürlich, dann sollte das doch ein guter Einstieg sein für die Menschheit. Und dementsprechend bitte ich dich, Verstand, Liebe, Intuition walten zu lassen in deinem Umfeld, in deinem, ja, in deiner Familie und in deinem Umfeld einfach. Dementsprechend bitte ich dich, bleib gesund und munter, tu alles dafür, dass du kein Opfer von gewissen Lobbyen wirst, dass du kein Opfer der Manipulation der Medien wirst und einfach dein eigenes Ding durchziehst und niemanden schaden lässt und niemanden zu Schaden kommen lässt auch, ja. Schade dir nicht, schade deiner Familie nicht, achte auf deine Ernährung, achte auf deine Trinkweise, auf deinen Lebensstil, auf dein Mindset und sieh zu, dass du für dich ein gutes Umfeld schaffst, ein glückliches, friedvolles Leben und geh verdammt noch mal mit gutem Beispiel voran, damit sich andere Menschen auch ein Beispiel an dir nehmen können, an deiner Familie.